Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Livestream-Ankündigung nach langer Zeit. Heute 20 Uhr Livestream auf Twitch.tv, den Setzplayer. Wir werden heute World of Warships zocken, sofern es denn auch fertig ist. Ich glaube, das sind jetzt die letzten 10 Gigabyte gewesen. Und ja, wir sehen uns dann heute Abend auf Twitch.tv. So, schlecht, den Setzplayer. Ja. Heute Abend mit Songrequest. Ihr könnt euch Lieder wünschen, in dem Sinne. Ja. Bis heute Abend. Tschüss.